so was geht dann heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen stream hier auf meinem kanal heute gibt es mal wieder einen shop stream seit langem ja wir haben einfach gedacht einfach mal wieder shop stream raushauen wird geil und ja laura es geht jungen wir haben gleich schon wieder viel zuschauer alter what the fuck marie was geht warte ich tue nur kurzes tampen rein wie geht es euch so was habt ihr gestern gemacht nichts nur amazon prime gucken bei dir ich wollte eigentlich heute wieder über pc streamen aber warte ich mal kurz aus weil ich heute wieder über pc stream aber pc hat irgendwie auge gemacht deswegen auch h auch 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 Ah, ja. Moin Chris, was geht? Wie geht's dir Chris? Das ist ein YouTube-Set. Ja. Streaming heute. Ganz gut, ich habe Kopfschmerzen, deswegen erst mal entspannen. Also okay. Ja. Ja. Amiguito 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 Eintech Eintech Also denke ich mal. Also die meisten, wenn die reinkommen, schreiben die nicht mal was rein. Nimm den Weg. Und die haben alle alle alle! Ja! Was ist das? Geh mal schlafen! Dann haben wir alle! Jetzt! jetzt gehen wir gegner pushen ja ich hab dann die waffe gesehen ja 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 Liegt das noch Lucha nicht? Lucha nicht? Warte mal... Warte mal... Whatfuck, wer hat mir zwei Discord geschrieben? Junge, wie ich grad erschrocken, Alter... Was ist das für ein Glut? Bitte schön wieder... Was ist das für ein Glut? Okay. Junge, hast du mich erschrocken, Alter. What the fuck, ey. Das baut nicht. Pech gehabt. Bye, bye, mein Freund. Tja, wow, geil, sechs Zuschauer. Dani Fox, meinst du? Wie geht's so, Schatz? Wer hat's so, Schatz? Okay, ne? Man, wo lauft er denn hier in der Zone? Für Zuschauer schreibt mal rein gerne wer ihr seid ich habe gar keinen Bock zu laufen Ja, erst mich anschießen und dann verpissen, oder wie? Was bist du für einer, Alter? Was ist ein Hund, Alter? Nee. Kram ist ne Bitch, mein Freund. Warte. Naja, was an Ehrenloot, Alter. Was geht auf jeden Fall an den Typen raus? Also, ich nehme mir die Kütgen. Und dann geht's auch weiter in die Zone. Oh, nee. 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 Oh. Oh. hoi hoi junge tschee tschee kleiner hund alter so kai nom dit nemen eem ich bin da auf erikus geht raus ich konnte mal wieder alles was geiles in shop und hat später wieder arena ein bisschen kurs geht zurück ich habe keinen heal die 20er bombe ja nein das wird nichts ach Junge kann ich nicht wenigstens mal bisschen heal finden alter die Harpune noch mitnehmen ist auch nichts mehr an heal alter die 20er bombe jetzt noch 1 gem sachse später wieder arena 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 6 6 bin ich erschrocken alter du kleiner Hund ey gehen Heilwasser bringt mir nichts Cem ach Junge jetzt kommen sie von allen Seiten oder ich geh nach dieser Runde alles gut Gigi wo ist der hin jetzt treffen sie sich auch nicht mehr mit er kann auch nicht bonn oder er hat was können jetzt nicht muss mit farming gehen alter so mal spinnst du eigentlich alter ja junge was soll ich machen ich habe 104 hp ich finde nix zum hielen alter kein schild und ich habe keine meds ich habe gar keinen bock auf vordern alter ich habe nicht mehr ja schade ist noch alles da ich glaube außer dir keine mehr denke ich mal weiß es nicht aber das Spiel mal wenn du es heute vielleicht kriegen wir dadurch auch die Marie ist auch noch da kannst du aufgehen und mit mir nicht habe gesagt um das ist ihm und ziemlich hoch also so fährt wenn ich ja schon wenn ich sagt dass ich ziemlich hoch auch wenn du kein Spaß es ist auch dafür was war denn gestern übergessen wir gar nicht ja ich weiß schon wie aber trotzdem ich finde es nur scheiße ich werde am Tag dreimal von drei verschiedenen Leuten angerufen um gefragt ob es zu mir und dann kursiert nicht mal da naja also chat wir machen ab sofort immer so wenn typisch redet liefen wir okay der redet nicht also liefen wir kann ich verstehen dass das nervt ja auch was will man machen aber man kann jetzt zum beispiel leute dazu nicht zwingen dass sie meinen streamen kommen ich glaube ich müsste einfach mal nur wieder streamen während dem tag machen also 15 also von 17 bis 20 21 uhr dann werden auch echt viele da glaube ich ja wissen wir nicht müssen noch einmal neuer also haben wir gut noch mal so und ich kann auch ganz auf Solo gemacht oder auf Duos ohne Auffüllen ja du es auch, hab ich schon gemacht weißt ja schon was Du am Wochenende machst ähm ja Wochenende werde ich wahrscheinlich ähm ja Wochenende werde ich wahrscheinlich ähm in dem Plan weiterreden also wenn ich schaffe also ich werde am Wochenende wahrscheinlich weiß nicht wer heißt der Plan wait ich muss mal kurz gucken ähm wait a minute ich weiß nicht vielleicht nehme ich das auch ganz auf und ähm schneiden halt einfach das bisschen könnte ich auch machen aber am Wochenende werde ich gar nicht so viel vor Schule lernen und ja nicht so viel wie wie das ist das ist auch was Wieder so ein Typ, der nicht geredet hat, Leute. Wille? Ja? So, ich komm gleich raus, jetzt so kurz rum. Junge, wie weit siehst du von deinem Headset bitte weg, Alter? Hm, weit. Das ist mein Freund. Ich hör's und mein Stream auch. Ach, du streamst da? Ja. Warte, sag mal, wie auf den hier? Ähm, Fischer. Warte. 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 Ey, Mann. Le, weißt du, was du gestern vergessen hast? Nein. Um mir zu schreiben, wie viel er am PC gekostet hat. Stimmt. Ähm, keine Ahnung. 2K? Ja, ne. Ja, okay, wir reden einfach nicht drüber. Moin. Moin. 2 oder 3K? Keine Ahnung. 6Flo. Moin, was geht? Warum zogst du grad auf Keyboard? Nein. Und zwar, ich wollte eigentlich vorhin den Stream auf PC starten, weil PC hat ein bisschen Auge gemacht. Also auf jeden Fall UBS. Ich bin 6Flo, was geht? Ja, 6Flo. Achso. Achso, dann war es der auch, der letztens meinen Kanal abonniert hat, wo ich einfach... Ey, jetzt werde ich mir theoretisch die Video Arena zocken, aber der andere geht glaube ich nicht an. Der ist, der ist super, der ist richtig gut, der ist besser wie ich. Ja, sag dem mal, der soll on-on gehen, Alter. Ja, Aflo, komm on. Ey. Ne, äh, Liam, sag ihm eins, wenn er nicht on-kommt, dann wird er von meinem Kanal ausgeblendet. Och. Wann ich nicht mal laufen? Was? Sag nochmal, warte, 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 warte. Sag nochmal. Wenn er nicht online kommt, dann wird er von meinem Kanal ausgeblendet. Nein, Spaß. Na, da hat er 6Flo und... Junge, Alter, chill mal. Ich weiß, wenn du 25% bist. Das ist gerade ja ein Gästkind. Ich merk schon. Ja. Du blamierst dich drauf im Stream. Ja, vor 3 zu spüren. Papa. No front. Junge, was ist denn? Ich weiß, der ist freistig. Der ist spiel mit Arena Trios. Ja, der kommt on. Ja, der kommt on. Ne, jetzt kommt er nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Was ist? Oh, jetzt fliegt mein Controller runter. Warte mal. Ich hab mich umgenannt. Warum vergewaltigst du gerade mein Bett? Oh, Junge, Alter. Das... Nee, das... Junge, dann kann ich den Stream dann wieder privat nehmen, Alter. Nee. Junge, er springt wie eine Katze oder ein Hund, egal in der Luft. Juhi. 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 ich bin reich. Juhi. Aber ich bin reich. Ich bin reich. Nein, ich bin es nicht. Das hast du gesagt gesagt, ich bin reich. X zum schlafen. Weil er hat höchst. es ist er hat jetzt t t er geht es 6 Ja, er ist ein bisschen schlechter, weil es halt komisch ist, weil er bei mir pennt. Also er sitzt zu tief anscheinend, also er sitzt zu tief halt so und er hat heute den ganzen Tag auf ein Keyboard gezockt. Ja, ja, nee, nee, dann schwebe doch keine Arena. Doch, der ist gut, der ist trotzdem gut. Er ist trotzdem besser, wie wir alle zusammenführen. Wahrscheinlich. Zähnlich. Wie eben hast du den Skin auch? Ähm, nee. Ich hab's am anderen Geschenk. Ich hab ihn mir auch selber nicht geholt. Oh, Junge, der soll mir den Skin wechseln, Alter. Wait. Warte. Alter, das ist der beste Skin. Mach mal einen Tanz. Warte, dann spiele ich jetzt. Hm, warte. Junge, wir reißen den Mund auf der Skin. Nein, Junge, nein. Nein, nicht der. Junge, mach jetzt nicht diesen, Alter. Hey, guck mal, guck mal, guck mal. Weil nämlich noch ein anderes Skin. Das ist der beste Skin, weil mein Skin. Ich nehm den hier. Den nur, den hab ich auch, den es geschenkt. Mahlzeit. Den hast du mir geschenkt, Lir. Ich bin, den hab ich dir geschenkt. Yes. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Ja, das ist immer so gut. Der hängt immer so im Maul. Oh, der Stuhl ist ja echt neu, Alter. Ja, ist ja echt neu. Bei mir. Hier. Ja, ich weiß nicht. Ja, der fack mich auf, wenn ich mich bewege, Digga. Hm, 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 hm. Ja, aber, geh, du hast noch gestern im Stream, ähm, Dings. Warumst du draußen? Ja, ich hab bis noch draußen, dass du geübt. Ich hab gestern im Stream, schwenze gelutscht. Äh, ja, geht schon, halt, Bau noch ein bisschen hin und dann können wir drüber reden. Ich hab gestern im Stream schwenze gelutscht. Ja, okay, editieren ist ja eigentlich... Ich hab gestern im Stream schwenze gelutscht. Äh, äh... Ich hab den schwenze gelutscht. Ich hab den schwenze gelutscht. Ich hab den schwenze gelutscht. Ja, bist du behindert? Wir toppen doch nicht plässend, Alter. Nein, nein, nein. Dies gehen,но. Nein, nein. Alien, du konntest sie ein vector-pass auch nicht leisten, oder? Natürlich, da hab ich was für dich. In der Best scanf blöddesconnigst. Die Skins werden nie wieder reinkommen. Ich land da. Jawohl, diese sind ja nur scheiße. 10 euro bei mir ist ganz glüge lang und ich fick meine mutter du hörst doch auf sowas im stream zu sagen alter ja ich werde ich ohne angeln im pläsenpark brauche ich fand ich also das in der schule jungen ist vielleicht nicht kommt jetzt müssen wir sofort liams karte holen alter ja ja hier schaffen wir nicht schaffe nicht komplett hier Er kommt da, aber es ist zu jubeln. Mach die Tür zu. Ich bin in mir nicht. Der liegt noch Holz. Junge, was ist denn das jetzt hier, Alter? Ja, Felix, da oben oben. Ja, ich bin da oben. die kommen schnell her steht crack knock hast du aufflucht wir werden schon beide Seiten alle crack einer ey Philipp alles verspricht ja bei dem ich wie viel haben wir gekillt 3 oder ja naja Junge Du kennst mich zu schlecht, ich verspreche dir, du wirst mich von meiner brutalsten Seite kennenlernen. Lauf mich ja nicht über den Ding. Alter, hab ich's denn nicht. Du kennst mich zu schlecht, aber ich verspreche dir, du wirst mich von meiner brutalsten Seite kennenlernen. Lauf mich ja nicht über den Ding. Wow. Du wirst die Welt zu meiner Meinung geilen. Du kennst mich zu schlecht, ich verspreche dir, du wirst mich von meiner brutalsten Seite kennenlernen. Lauf mich ja nicht über den Ding. Die TikToks sind lauter wie du. Aber ich schreie auch nicht mein Handy rein, Alter. Ich schreie auch nicht. Liam? Nix. Witzig. Eher... Digga, der Ping ist so scheiße. Und Liam, jetzt versuch mal nicht gleich wieder zu sterben, okay? Ja, wow, wie ein ganzes Ding ist. Was kann ich dafür? Äh, du hättest noch Bescheid sagen können. Äh, hättest du möglich? Ja, wow, wenn die alle in der Luft noch... Also sogar noch schon gelandet sind. Ja, hättest du trotzdem Bescheid sagen können, dass bei dir welche landen. Deswegen hätten wir uns schnell Waffen geholt. Ja, aber warum hab ich eigentlich einen, wenn ich einen Bus bin, 300 FPS und dann wenn ich rausspringt, 240? Dann muss ich ja nicht wissen. Weil dein PC scheiße ist. Ja, die Schatz nicht alles ist. So, Liam, wo landest du? Da, wo Gegner landen, schwarz. Um gleich wieder zu sterben, oder? Was? Deine Fresse, Flo. Ja, und dann geht's vorne mit der Arsch. Was? Ich kann ein Sniper-Haus. Digga, ich hab Arschschmerzen mit der Fick, mein Leben. Ich hab mir eine Pompon-Shields. Ja, ne Pompon-Shields. Ja, ne Pompon-Shields. Warte, wie jemand vor sich ne Sniper-Haus? Also, ein Heavy-Sniper. Eine One-Shot, eine One-Shot, zwei, eins, eins. Ja, ne Pompon-Shields. Ich bin dead, ich bin dead, ich bin dead. Ja, ich bin dead, ich bin dead. Ja, ich bin auch dead, wahrscheinlich. Bei mir zwei Leute. Liam wird zum Herrlichsten. Ach, ne Pompon-Shields. Einer Stick rate. Schon ich habe keine brauche ich zog nicht ich hab 10 Schuss dann kannst du was zog, weil ich hab 3 warte, theoretisch können wir seine Karte holen die habe ich nicht immer willst du Heavy Sniper? ja, gerne pass auf, komm mal auf dem Haus als ob der genau in dem Moment schocken was da unten nicht scheiße, das ist so eine Karte ja, der Auto oder eben, alter? leck mich im Arsch pass auf, der kommt hinter dir der geht wahrscheinlich finish ey, nee, der fightet gegen die Bots der läuft hier weg der geht hier unten in die Toilette rein ich werde die ganze Zeit von hinten abgeballert ja, ich werde gefinished als ob du so low warst ja, ja wird uns einfach irgendwo anders wie Weifen gehen, oder? ach, Digga, langsam ich stein Bock mehr ach, Digga, langsam ich stein Bock mehr pass auf das war eine Missgeburt kommt ne mehr alle die die sie die 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 4 hallo für 10 Polo Kipsi... Hast du bock bisschen zu zocken? Kann ich noch machen... Ok... Zoomst du gerade? Ja... Hey, wo du guckst, die grad trägst TikToks oder? Ach du nicht... Ja. lol 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 Ich weiß, dass er äglig ist Wo hin? J wir gehen jetzt agency ok weil wir müssen agency noch vier Tage lang genießen auf der anderen streams ok ex und bitte und Ich glaube, dein Abos kommt für den Spiel. Ja, Junge, tscher deine scheiß Eier, Alter. Scheiß Spaß, Alter. Du bist da. Ich trau mich. Doppelmann, Wunscher. Ich weiß nicht viel darüber did. Nee, nee. Das will ich ganz gut machen. Ich glaube, ich bin bisschen auf. Okay. Ne, alles gut. Dann hau rein, ne? Ciao. Tschüss, Fibzi. Tschüss, Fibzi. Ja, ich mach den Schmutz auch aus. Ich hab irgendwie gerade keine Lust mehr auf Fortnite. Wir sehen uns später. Wahrscheinlich mal zu einem führenden...